Ich habe jetzt nicht so ein David-Getter-Leben, dass ich im Jet von A nach B fliege und mir alles hingebracht werde. Ich fahre selber mit dem Auto. Manchmal habe ich an einem Samstag drei Gigs. Dann fahre ich von Österreich über Süddeutschland nach Norddeutschland. Dann springe ich früh um sechs in den ersten Flieger, fliege nach Ibiza und stehe da von Mittag bis Abends wieder hinter dem Deck. Statt Thüringen, Sachsen oder Sachsen-Anhalt heißt es für Anni Dubai, Frankreich oder Brasilien. Bekannt als Two Elements ist die Thüringerin weltweit als eine der wenigen Frauen erfolgreich in der Disco-Szene unterwegs. Die Kreizerin gehört zweifelsohne zu den musikalischen Aushängeschildern Mitteldeutschlands. So wie Stereo-Act aus dem Erzgebirge oder Purple Disco-Machine aus Dresden, der mit einem Grammy in diesem Jahr sogar einen der wichtigsten Musikpreise der Welt gewann. Die Aussies sind definitiv gut im Musikmachen, da haben wir genügend, da haben wir Purple Disco-Machine gestört, aber geil, Stereo-Act, Boogie Pimms. Also ich finde, wir haben da schon wirklich gut vorangelegt die letzten Jahre und ich glaube, da geht noch mehr. In einem Hotel in Bad Frankenhausen bereitet sich Anni auf ihren Auftritt vor. Fertig, geht los. Schnell noch die letzten Songs speichern. Die Musik kommt nicht mehr von Schallplatten, sondern von USB-Sticks. Sagen wir es mal so, ich habe genug Musik für, glaube ich, zwei Wochen dabei. Die Thüringerin bringt immer wieder auch eigene Hits heraus, arbeitet mit mehreren Produktionsteams aus Österreich, Holland und Deutschland zusammen. Bei den Musik-Streaming-Anbietern erreicht sie weltweit beachtliche Abrufzahlen. Also die bestlaufendste Nummer, der bestlaufendste Track hat fast sechs Millionen Aufrufe und das ist natürlich nie so ganz schlecht. Und hier bin ich ja mit so zwei Millionen unterwegs, hier fast drei. Das ist eigentlich so ganz übel. Es geht in die richtige Richtung. Und das geht's bei Two Elements schon lange. Entdeckt wurde die Greizerin vor rund 15 Jahren von dem Mann, der auch DJ Robin Schulz managt. Anni ist inzwischen bei einer deutschlandweiten Agentur aus Thüringen. Das Gesamtkonzept passt einfach bei Two Elements. Sie sieht hübsch aus. Sie macht eine supergeile Mucke, sie ist super sympathisch und überzeugt auf jeden Fall auch die Leute auf dem Dancefloor. Und das ist ganz wichtig. So ein Schlüsselmoment war, als ich ein anderes Mädel hinter den Decks gesehen habe im Nachtwerk in Zwickau. Und ich war völlig fasziniert von der, wie die das gemacht hat, wie die die Leute in der Hand gehabt hat, wie die Leute ihr das Feedback gegeben haben, wie die gefeiert haben zu der Musik, die sie ausgesucht hat, gespielt hat. Und da habe ich so ein bisschen Blut geleckt und dachte immer, boah, da hättest du auch Bock drauf. Überwältigt vom Erfolg der Tochter ist auch Mama Gudrun. Wenn es sich ergibt, ist sie in den Clubs dabei und feiert mit. Vorne, voll mit. Nicht in der Ecke. Ich bin voll mit dabei. Ich fühle mich da jung, jünger. Gefällt mir eben. Ich finde es cool, dass ich so eine tolle, coole, fluffige Mama habe. Die stelle ich dann neben mir ins DJ-Pult, da kriegt sie eine Kurt-Fertig-Kanone in die Hand. Und dann sage ich so, Mama, wenn der Drop kommt, dann feuerst du das Ding ab. Dann fragte sie mich natürlich, was ist ein Drop? Ich so, ja klar, woher sollst du es wissen? Der Drop kommt, wenn der Beat im Titel wieder richtig nach vorne geht. So wie hier. So feiern die Menschen mit Anni in Vietnam. Weltweit ist die Ostthüringerin unterwegs. Ibiza ist ein absolutes Highlight. Wenn du in Ibiza spielst, kannst du dir schon ein kleines bisschen auf die Schulter klopfen. Es ist unheimlich schwer, da reinzukommen. Es sind unheimlich viele Geschichten und Erlebnisse, die Anni als Frau an den Plattentellern rund um den Klobus bereits erlebt hat. Wir kamen nach Rio. Wir waren keine fünf Minuten im Hotel. Ich hörte einen Knall. Ich dachte, naja, ist ein Autoreifen. Jeder sagte zu mir, ach, das war ein Schuss. Wenn Sie rausgehen, bitte machen Sie die Haare zusammen, setzen bestenfalls eine Mütze auf und legen auch Ihre Uhr ab. Ich so, okay, super. Fühlt sich gut an hier. Aber war aufregend. Die Pali war grandios. In Russland wollten sie uns mit der transsibirischen Eisenbahn von Novosibirsk nach Omschicken. Ich spreche kein Wort Russisch. Also lauter so irre Erfahrungen hat man halt schon gemacht. Die Skyline von Kreiz. Das obere Schloss, das untere Schloss. Die Kirche und das große Gebäude. Das ehemalige Gymnasium, wo ich nicht sehr viel gelernt habe. Deswegen bin ich die Idee geworden. Früh aufstehen war noch nie Annis Stärke. Doch bevor sie vollständig an die Plattenteller wechselte, lernte sie in Chemnitz Rechtsanwaltsfachangestellte. Kreiz ist ihre Heimat. Ihre zweite ist Ibiza geworden. Auf der Insel engagiert sie sich auch für den Tierschutz. Wir retten Tiere aus Missständen. Wir nehmen Tiere auf. Wir sozialisieren Tiere, die vorher wild gelebt haben, die sozusagen keine Daseinsberechtigung hätten. Ein Ausgleich für die Thüringerin zum aufregenden Club und Festivalleben, das sie in dieser Sommersaison mit drei neuen Hits bereichern will.